Jetzt haben wir hier so ein paar Aussagen über den GGT. GGT von A und A ist A und so weiter und so weiter bis unten fünftens. GGT von A und B ist gleich der GGT von A minus B und B. So, jetzt zeige ich Ihnen das Verfahren zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen, das schneller funktioniert als die Primfaktorzerlegung. So, und zwar nennt man dieses Verfahren den Algorithmus von Euclid oder den euclidischen Algorithmus. Euclidischer Algorithmus und er funktioniert folgendermaßen. Erstmal, oder wir bewegen uns jetzt sozusagen dahin, wir machen erstmal ein paar Vorüberlegungen, nämlich jetzt anhand dieser Regel, die wir aufgestellt haben. Ich will bestimmen, nehmen wir mal das Beispiel hier, der GGT von 693 und 286. Ich wende mal eine Regel an, die da oben steht, nämlich Nämlich, ich wende mal die Regel 5 an. Ich mache mein Problem kleiner dadurch, dass ich sage, okay, wenn ich den GGT von A und B bestimmen will, kann ich auch den GGT von A minus B und B bestimmen. Ich mache meine Zahl kleiner. Ist ja das gleiche. Der GGT von dem hier ist dasselbe wie der GGT von 693 minus 286 und 286. Und das ist gleich der GGT, rechnen wir mal kurz aus. 693 minus 286. 407, genau, 407 und 286. So, wie könnte ich weitermachen? Ja, nochmal das gleiche, genau. Ziehen wir nochmal ab hier. Fünftens, hier GGT, dasselbe wie der GGT von 407 minus 286 und 286. Was kommt da raus? Genau, der GGT, dasselbe wie der GGT von 121 und 286. So, jetzt könnte ich wieder abziehen, mache ich aber nicht, weil ich will keine negativen Zahlen haben. Was könnte ich stattdessen machen? Ja? Genau, ich drehe das jetzt rum. Mit der Regel Nummer 4 kann ich A, B und B, A vertauschen. Das ist derselbe wie der GGT von 286 und 121. Wie geht es weiter? Welche Regel wende ich jetzt an? 5, genau, ich ziehe 121 ab von 286. Ich ziehe es mal gleich ab, ne? 286 minus 121 ist 165. GGT von 165 und 121. So, welche Regel wende ich jetzt an? Nochmal die 5, oder? Ich kann 121 nochmal von 165 abziehen. Dann kommt raus der GGT von 100, Quatsch, von 44 und 121. So, was mache ich jetzt? Ja? Jetzt kann man es wieder rumdrehen. Wieder rumdrehen. Ich tausche wieder, ne? Das selbe wie der GGT von 121 und 44. Und jetzt geht es munter weiter. Jetzt ziehe ich wieder ab mit der Regel 5. 44 von 121 abgezogen. Ist dasselbe wie der GGT von 77 und 44. Und jetzt ziehe ich es nochmal ab. Das selbe wie der GGT von 33 und 44. Und jetzt wird wieder getauscht. Also, vielleicht sieht man es jetzt auch schon. Ja, aber ich mache es trotzdem mal bis zum Ende. GGT von 33 und 44. Selbe wie der GGT von 44 und 33. Das ist die Regel 4, nicht die Regel 5. Jetzt ziehe ich wieder ab. 33 von 44 abgezogen. Selbe wie GGT von 11 und 33. Achtung, wir nähern uns dem Ende. Jetzt tausche ich wieder. Das ist der GGT von 33 und 11. Jetzt ziehe ich wieder ab. In der Regel 5. Selbe wie der GGT von 22 und 11. Jetzt mache ich ein bisschen langsamer. Ich ziehe nochmal ab. Das selbe wie der GGT von 11 und 11. So, welche Regel wende ich jetzt an? 1, genau. Der GGT von 11 und 11 ist 11. Was habe ich gemacht? Naja, ich habe zwei Zahlen. Ich ziehe die kleinere von der größeren so lange ab, bis die größere kleiner geworden ist. Dann tausche ich. Dann ziehe ich wieder die kleinere so lange von der größeren ab, bis die größere kleiner als die kleinere geworden ist. Und dann tausche ich. Und irgendwann komme ich zu dem Fall, zu einem der ersten drei, zu eins. Ich hätte jetzt nochmal die 11 von der 11 abziehen können, dann hätte ich letztlich den GGT von 11,0 gehabt, das wäre auch 11 gewesen. Hätte ich die Regel 3 anwenden können. Also ich komme dann, nachdem ich 4 und 5 ständig angewendet habe, irgendwann zu einem Ende. Das Ganze ist rekursiv. Ich wende den GGT, diese Regeln hier oben an, 4 und 5. Letztlich, im Sinne einer Rekursion, wird das Problem, das ich behandle, immer kleiner, so lange, bis ich auf ein Ende stoße. Und ich dann eine der anderen Regeln ganz einfach anwenden kann hier. und bin fertig. Wenn ich das sehe, stellt sich mir die Frage, ob es bei so großen Zahlen, wie die Zahlen oder ob die einfachste Methode ist, für die ich denke. Ja, also, wenn Sie zwei große Zahlen haben, Sie haben nochmal so eine große Zahl, Sie ziehen die eine von der anderen ab, dann haben Sie auf einmal eine sehr kleine Zahl. Aber wenn ich so eine und nochmals so eine, und was weiß ich, dann bin ich das auch rechtlich, bis Sie doch mal auch können. Okay, was ich meine, wegen dem Abziehen. Ja. Genau. Das Abziehen müssen wir schneller machen. Sieht jetzt jemand, kann jetzt jemand die große Synthese dieser Sitzung machen. Was nervt? Das Abziehen. Das ständige Abziehen immer wieder derselben Zahl. Was ist das, was ich da tue? Wie kann man das so weit multiplizieren, wie oft, dass die kleinere Zahl reinpasst? Wenn wir umdrehen, dann wieder die größtmögliche multiplizative Zahl. Die kleinere Zahl so oft da reinpacken, wie geht, und dann umdrehen. Was ist das? Dividieren mit Rest. Dividieren mit Rest. Ich dividiere die große, Geld, super. Wahnsinn. Also ich dividiere die große Zahl durch die kleine mit Rest. Ich gucke, was für ein Rest kommt raus. Pass auf, mal folgendes. Ich habe zuerst die 693. und die dividiere ich jetzt mit Rest. Was mache ich? Ich schaue, wie oft geht die 286 da rein, nämlich zweimal. Was bleibt übrig? 121. Ich mache die Division durch Rest. Ich habe A und B, 693, 286. Ich dividiere 693, 286. Bleibt der Rest 121 übrig. Und jetzt, was nehme ich jetzt? Und jetzt, ich nehme jetzt die 286 und gucke, wie oft geht die 121 rein. Ich nehme diese Zahl, tue sie darüber, diese Zahl, tue sie darüber, mache die Vision mit Rest. 286 durch 121 ist 2 mal 121. Was bleibt für ein Rest? 44. Jetzt nehme ich die 121 wieder hier rüber und teile sie durch die 44 mit Rest. Ja? 2 mal 44 plus 33. So. Jetzt nehme ich die 44 hier rüber und dividiere durch 33 mit Rest. 1 mal 33 plus 11. Jetzt nehme ich die 33 hier rüber und dividiere durch 11 mit Rest. Aufgepasst, das ist jetzt 3 mal 11 plus 0. Und sobald der Rest 0 auftaucht, bin ich fertig. Wenn der Rest 0 auftaucht, ist das hier oder das hier, wie Sie wollen, der größte gemeinsame Teiler. Wenn man dann auf 0 kommt, hat es dann kein Problem. Doch, doch, doch. Man kommt am Ende immer auf 0. Warum? So, das ist jetzt das Entscheidende. Mir fällt gerade, und zwar schreiben wir es mal allgemein. Ja, schreiben wir es mal allgemein. Wir haben A und B und ich sage jetzt mal A, mein A ist mein R1 und mein B ist mein R2. Dann habe ich hier R1 stehen, R2. Oder, warten Sie mal, ich schreibe hier nochmal hin, wie man es ganz allgemein aufschreibt, ohne sich jetzt die Schreibarbeit zu machen. Man schreibt hier einfach A, B und R.